Aloha! Willkommen zurück zu Besuch in May Bros. Sands of Chaos Islands. Wir sind in der vorletzten Burg und müssen hier ein bisschen zurücklaufen, um Stiefel zu holen. Der Sprung hier ist etwas schwierig, aber nicht zu schwierig. Oh, ich wurde gerade zerquetscht, Alter. Hm, duck dich. Ohohohoho! Ich konnte da gerade ein bisschen rumschwimmen, das war cool. Nein, ich lad doch lieber den Sales State. Genau, perfekt. Das ist cool, wenn man gleich irgendwie so alle Stiefel vereint hat. Schau, dass man keine Spinjong-Doppelsprünge machen kann. Das wäre noch immer richtig klasse. So. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Oh, Mann. Ey, ich versau mir alles durch Rewinds. Ich hasse Rewinds. Mach Safe States. Oh, also schön. Weil es so schön war, nochmal drüber laufen. Oh, also schön. Hä? Wie soll ich das jetzt bitte schön schaffen, ohne einen Hitze nehmen? Kann mir das mal jemand verraten? Kann mir wahrscheinlich niemand verraten. Dann nehme ich halt den Hit. Wollte es ja unbedingt so. Beeil dich doch, ey. Gut, damit kann ich jetzt in Lava schwimmen. Jetzt kann ich den ganzen Weg hier wieder zurück klatschen. Ach, ja. Bin ich froh, wenn das hier vorbei ist, ey. Dann bin ich so richtig schön motiviert, hier bei was Neuem durchzustarten. Ich glaube, man merkt mir meine Unlust so langsam an, oder? Aber wir nähern uns ja dem Finale. Vorm Finale werde ich immer dann nochmal motiviert, das endlich zu schaffen, ey. Nicht genug Anlauf genommen. Yoshikoki nehme ich wohl. Gut, jetzt sind wir hier wieder. Nicht eher so offen, Mario. Ein Schwum geben die uns noch vom Boss-Fight. Wie nett. Sag bloß, ich bin jetzt eingesperrt, ey. Oh Gott, das gibt's doch gar nicht, ey. Wie scheiße war das denn? Es ist, äh, keine Ahnung. Das ist der auf jeden Fall, äh, auf den man trifft, bevor man Bowser besiegt. Larry, oder wie heißt der? So, schon wieder eine Bokehschaft. BAM! Hoops. Was hier gar nichts. Boom. Mario gebrützelt. Mario has defeated Larry Cooper in Castle 5. If all that's left is Bowser's Castle, which is coming up soon. Will Mario rescue his princess and restore the Chaos Islands? Gut, das letzte Level. Koopas Evil's Evil Tanks. Ach, noch mehr Panzer. Super. Scrollt natürlich wieder. So, ganz viele Save-Sets setzen, damit die Rewinds mich nicht versauen. Ah, es blitzt und donnert. Schön. Mann, das war gemein. Load-State? Oh Mann, ey. Man hat gar nichts mehr zu sagen, ey. Man freut sich einfach nur noch auf das Ende. Ja, tut mir leid, Leute. Der Hack hat sich viel zu sehr lange gezogen. Länger als ich dachte. Gut. Dafür war der Mushroom wohl gedacht. Dass ich da meinen tollen Hit nehme. Balls everywhere! Okay, da kann ich nicht runter. Wow, hört auf, Feuer zu schießen. Ähm. Ich wollte gerade sagen, dass ich vergessen habe, auf der Uhr zu gucken. Und dass ich jetzt nicht mehr weiß, wann ich Aufnahme beenden muss. Aber ich weiß es wieder. Also, keine Sorge. Wow. Da rotiert einer aber ganz schön schnell. Wo hat die denn so viel Winkelgeschwindigkeit hergenommen? Oh, gemein, Alter. Gemein. Nein. 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 Ich wollte da elegant irgendwie ausweichen, ey. Aber es lässt mich einfach nicht. Es lässt mich einfach nicht. Wieder. Gut, dass es Safe Stats gibt, ey. Schrooom. Ist das Level beendet? Nein, es gibt... Noch zwei fette Hammer Brothers. Einfach zerstampfen. Einfach nur zerstampfen. Zertreten. Zermatschen. Was ist jetzt los? Glitch? Nein. Der Weg tut sich auf. Zu Castle Cooper. Oh mein fucking Gott. Das wird wahrscheinlich das finale Level sein. Und dann werde ich diesen Hack erstmal nicht mehr anrühren, wenn ich hiermit fertig bin. Ähm. Ja. Soll ich schon starten? Nee. Das spannen wir uns jetzt fürs Finale auf. Also, ähm. Ja. Ich verabschiede mich und verzeihe mir meine Gelangweiltheit. Gibt's das Wort überhaupt? Egal. Naja. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal bei Castle Cooper. Und dann geht's nochmal ab hier. Dann mobilisieren wir alle meine Mario-Skills, um diesen Hack zu besiegen. Also bis dann, euer Sven. Und dann geht's nochmal bei Castle Cooper. Und dann geht's nochmal bei Action manière. Das ist